Kein Tag vergeht, ohne dass nicht irgendwas passiert. Heute wurde bekannt, dass Sven Mislintat seinen Vertrag bis 2023 verlängert hat. Am Ende, muss man sagen, stimmte dann noch der Präsidialrat der Verlängerung zu. An den drei Herren lag es wohl. Klaus Vogt, Wilfried Port und Rainer Adrian haben den Daumen nach oben gereckt, also um da keine Missverständnisse irgendwie zu erzeugen. Es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie sich lang Zeit lassen mussten, um die Entscheidung zu fällen. Ich glaube, in der Woche fand eine Präsidiumssitzung statt und da wird man dann wahrscheinlich auch das Go gegeben haben für die Vertragsverlängerung von Sven Mislintat. Tja, Sebastian, erstmal grundsätzlich ist natürlich der richtige Move, Mislintat zu verlängern. Naja, klar, keine Frage. Also das sieht man jetzt ja, was er da aufgebaut hat und es scheint wirklich zu funktionieren, auch wenn wir, ja, also ich ja auch zu Beginn der Saison wirklich skeptisch war, wer zum Beispiel die Tore schießen soll. Jetzt hat man die zweitbeste Offensive hinter den Bayern. Also das scheint schon ganz gut funktioniert zu haben oder es funktioniert ganz gut, was er da hingestellt hat. Und man freut sich ja fast, dass es so weitergeht. Denn ja, wenn der VfB auch nur einigermaßen so erfolgreich weiterspielt, dann wird man ja eher früher als später neue Talente brauchen, die die bisherigen Talente ersetzen, die dann bei anderen Mannschaften spielen. Ja, also ich habe ja letzte Woche, nein, jetzt habe ich es schon wieder falsch gemacht, ich habe ja am Montag schon gesagt, du musst natürlich dann auch immer ein bisschen mit einkalkulieren, dass es jetzt nicht allzu viel Qualität gibt, die du dann auf diese Position setzen kannst. Also Sven Mislintat macht seinen Job richtig gut und jetzt zu sagen, nee, keine Ahnung, es scheitert an Summe XY, ist natürlich dann vielleicht auch fahrlässig in der aktuellen Situation. Also ich bin auch froh, dass man da jetzt eine Einigung erzielt hat. Sven Mislintat sagte nach der Vertragsverlängerung, ich habe zu Beginn meiner Tätigkeit beim VfB betont, dass ich es als riesen Herausforderung und als große Ehre empfinde, für den VfB arbeiten zu dürfen. Dass wir uns gut eineinhalb Jahre später auf die Verlängerung meines Vertrages verständigt haben, zeigt, dass es uns, und jetzt Obacht, trotz nicht immer einfacher Rahmenbedingungen gemeinsam gelungen ist, den VfB zu stabilisieren und eine positive sportliche Entwicklung einzuleiten. Diesen Weg wollen wir Schritt für Schritt weitergehen, wohlwissend, dass es auch Rückschläge geben kann und wird. Statement erstmal okay, aber Sebastian, diese eine Passage, trotz nicht immer einfacher Rahmenbedingungen. Wie wertest du die? Da werde ich ganz kribbelig. Vielleicht meinte er auch einfach nur Corona. Da habe ich mir jetzt keine großen Gedanken drüber gemacht. Okay, ja, nee, also vielleicht bin ich mittlerweile wirklich ein Verschwörungstheoretiker geworden. Aber beim VfB kriegt man dann wirklich direkt erstmal so ein komisches Gefühl, wenn er das sagt. Also, ja, stimmt, es wird Corona sein. Es gibt ja viele, viele, viele Gründe, warum die Rahmenbedingungen nicht einfach waren. Auch Zweite Liga war nicht immer einfach, da gibt es halt dann Rückschläge. Aber ich habe das jetzt nicht irgendwie darauf bezogen, dass er intern irgendwie auf Widerstände stößt, die ihn nicht so arbeiten lassen, wie er sich das gerne vorstellen würde. Und du hast absolut recht, also da muss ich den Aluhut wieder abnehmen. Also alles gut, alles gut, alles gut. Gut, dass ich dich hier an meiner Seite habe. Gut, dann war natürlich eine Frage, es gab so eine Presserunde, und da war natürlich eine Frage, warum diese Kompetenzgeschichte so wichtig war. Da haben wir ja auch schon in zurückliegenden Ausgaben drüber gesprochen. dass Sam Mislintat unbedingt möchte, dass es sozusagen keinen anderen gibt, der ihm vorsteht, außer Thomas Hitzesberger. Da können wir gleich nochmal drüber reden, wie sinnvoll das ist oder wie angemessen so eine Forderung ist. Aber er sagt Folgendes zu diesem Thema Kompetenzen. Es ging darum, wie man die Themenbereiche, die ich hauptsächlich bearbeite, manifestieren kann. Im Zusammenhang mit dem Trainer, den Spielern, dem Staff, dem Scouting oder der Analyse. Die Kernfrage war, wie man in einem Sportdirektorenvertrag, also in einem Arbeitnehmerverhältnis und nicht in einem Arbeitgeberverhältnis, wie im Fall des Vorstandes, alles so vereinbaren kann, dass ich trotzdem eine Wichtigkeit bei Entscheidungen habe. Es ging nicht um eine alleinige Kompetenz, sondern um die Wichtigkeit meiner Person in sportlichen Entscheidungen, die ich heute auch leben darf. Vom Begriff alleine halten wir gar nichts. Wir sind ein Team. Es geht um Debatten, um konstruktives Argumentieren, auch mal heiß, immer für die besten Entscheidungen für den Club. So, jetzt wissen wir, warum ihm das so wichtig war. Und jetzt frage ich dich mal, wie sinnvoll es eigentlich ist, dass Sven Mislintat, wie der Kicker ja geschrieben hat, wahrscheinlich sogar sich vertraglich festschreiben lassen hat, dass es keinen anderen Boss zwischen ihm und Sportvorstand Thomas Hitzisberger geben darf. Also ich verstehe seine Beweggründe natürlich total. Der sagt, jetzt läuft das genau. Perfekt. Ich bin Sportdirektor. Thomas Hitzisberger ist Vorstand Sport und Vorstandsvorsitzender. Und genau in der Konstellation klappt das auch. Und ich möchte eigentlich nur unter diesen Voraussetzungen arbeiten. Das macht aus seiner Sicht natürlich Sinn. Ich habe allerdings schon so ein kleines Problem damit, wenn dann halt Angestellte vom VfB quasi in ihren Arbeitsvertrag sich irgendwelche Strukturen reinschreiben lassen. Das wäre genau das Gleiche. Du sagst, du, Nico González, willst du verlängern? Und er sagt, ich verlängere, aber in meinem Vertrag muss drinstehen, nur unter Pellegrino Materazzo. Und das wird natürlich irgendwann dann schwierig, weil wir wissen, wie schnell das gehen kann. Dann sagt dann vielleicht Thomas Hitzisberger irgendwann, boah, das ist mir alles zu stressig hier mit Vorsitzender und Vorstandsport. Ich mache nur noch den Vorsitzenden. Und dann hast du ja schon ein Problem, weil dann kannst du theoretisch keinen neuen Sportvorstand einstellen, weil da im Vertrag von Missintat steht, dass der Hitzisberger sein muss. Und solange alles läuft, ist ja wunderbar. Aber ich bin mal gespannt, was dann passiert, wenn es mal nicht so läuft. Und ich finde das einerseits auch wieder gut, dass sich Materazzo und Missintat und Hitzisberger und auch Markus Rüth als so ein Viererteam sehen. Aber vielleicht müsste man dann einen Vertrag für alle machen oder so. Weil jetzt aktuell scheint es ja wirklich so zu sein, dass die alle miteinander dann so verbunden sind, dass es gar nicht mehr funktioniert, wenn dann einer vielleicht doch mal gehen will oder muss oder so. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Konstellation, die man sich jetzt dann da ausgedacht hat, vielleicht Probleme macht. Aber wie gesagt, ich verstehe die Beweggründe jedes Einzelnen sehr, sehr gut. Es läuft gerade und man möchte natürlich nicht, dass dann auf einmal irgendjemand anders da dann reingesetzt wird und dann funktioniert es nicht mehr. Haben wir ja auch schon erlebt. Ja, aber ich finde es hat einen Aspekt, über den man auch ein bisschen länger nachdenken sollte. Ja, auf der anderen Seite muss man natürlich so ein bisschen in Tat verstehen, für ihn macht es wenig Sinn, wenn er jetzt versucht, den VfB zu entwickeln und es gäbe dann wirklich einen Vorstand, der dann sagt, nee, 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 den Transfer machen wir nicht und das macht man nicht so, wie du dir das vorstellst, sondern so, wie ich mir das vorstelle, dann funktioniert natürlich diese Kaderzusammenstellung nicht so, wie sich Sven Missenthal das vorstellt. Also von daher kann man es vielleicht schon wieder verstehen. Ich verstehe ihn total. Also man muss halt da nur überlegen, inwieweit man halt in Arbeitsverträge quasi so strukturelle Sachen reinschreiben kann überhaupt und will. Jetzt in dem Fall macht das natürlich Sinn und solange es läuft, macht es auch keine Probleme. Aber ja, was ist denn, wenn irgendwann mal personelle Änderungen anstehen, aus welchen Gründen auch immer, dann könnte es natürlich ein bisschen schwierig werden. Dann kann er vielleicht aus dem Vertrag raus. Genau, ja, genau, das ist ja möglich. Und kann sich anderweitig orientieren. Auf der anderen Seite musst du natürlich auch mal, wenn du Sven Missenthal bist, mit so Sachen rechnen, dass auf einmal Michael Reschke, natürlich jetzt nicht mehr beim VfB, aber so vom Typ, plötzlich dein Sportvorstand ist. Also ich meine, das ist ja nicht völlig absurd, diese Denkweise, weil wir haben es ja ein paar Mal gehört, Sven Missenthal war ja schon 2019 ein Kandidat für Wolfgang Dietrich. Angeblich hat er da schon bei Sven Missenthal angefragt, ob er sich das vorstellen könnte. Wir wissen nicht genau, ob als Sportvorstand oder als Sportdirektor unter Reschke, weil eigentlich hieß es ja immer, Reschke wäre die erste Wahl gewesen, was eigentlich fast schon lustig wäre, wenn es wirklich die erste Wahl gewesen wäre. Ja, aber ich meine nur, also du hast jetzt vielleicht einen Vorstand, mit dem es einfach von der Art und Weise, wie du Transfers dir vorstellst, nicht so passt, nicht so übereinstimmt, dann macht es für Sven Missenthal natürlich keinen Sinn und ich glaube dann, vielleicht will er dann einfach auch nur die Möglichkeit haben, zu sagen, okay, dann war es das hier für mich. Ja, ja, das ist ja völlig legitim, wie gesagt, du hast es ja angesprochen, wir haben auch gesehen, Hannes Wolf, Schindelmeister, hat nach außen zumindest relativ gut funktioniert, Hannes Wolf mit Reschke hat dann irgendwie nicht mehr so richtig gut funktioniert und deswegen sind wir ja auch so froh, dass wir jetzt da vier Leute haben, die ganz offensichtlich als Team gerne miteinander arbeiten und kaum Reibungsverluste haben, das ist natürlich super und wenn er sagt, ich möchte eigentlich nur unter diesen Bedingungen arbeiten und weil es nicht mehr gegeben ist, dann möchte ich jetzt meinen Vertrag raus, klar, warum nicht? Ja, und interessanterweise wird dann trotzdem danach überall groß unters Volk gebracht, es gibt keine Ausstiegsklausel. Dabei wurde davor darüber berichtet, dass es eigentlich eine gibt. Ja, das ist richtig. Und zwar, wenn Thomas Hitzesberger sozusagen den Vorstandsposten abgibt. Gut, aber grundsätzlich gibt es keine Ausstiegsklausel, also es kann jetzt wahrscheinlich kein Verein kommen und sagen, wir zahlen eine Ablöse, die festgeschrieben ist und dann kann Sven Missenthal gehen, beziehungsweise Sven Missenthal hat sich nicht festschreiben lassen, dass Sven, keine Ahnung, die Top 2 der Bundesliga oder sowas in der Art anklopfen, dass er dann gehen darf. Es gab nämlich auch Alternativen, es kam jetzt so ein bisschen das Gerücht auf, dass auch Dortmund wohl sich Sven Missenthal als möglichen Rückkehrer gut vorstellen könne. Das wurde von Dortmunder Medien mal so kurz diskutiert. Kann ich mir auch vorstellen, also wenn die auf der Suche sind, sich da irgendwie zu verändern und sehen, was Sven Missenthal da eigentlich leistet in Stuttgart und auch bei Arsenal ja schon angestoßen hat, also er ist ja bei Arsenal nicht gescheitert oder so, sondern aufgrund der Entlassung oder des Abgangs von Wenger gab es halt eine andere Konstellation und dann wurde die Zusammenarbeit beendet, aber er hat ja da auch gute Arbeit geleistet. Da kann ich mir schon vorstellen, dass die Dortmunder vielleicht auf die Idee kommen könnten, zu sagen, hey, der Missenthal vielleicht wäre er doch mal der Richtige oder ist der Richtige für uns, fragen wir mal nach. Und ja, jetzt hat er sich erst mal für den VfB entschieden und wird hier auch hoffentlich bis 2023 weiterhin so gute Arbeit leisten. Wenn ich das aus dem Kickerartikel richtig rausziehe, dann möchte der VfB als nächstes mit Thomas Hitzisberger verhandeln. Dessen Vertrag läuft ja im Oktober 2022 aus und ich denke mal, da wird sich der Thomas Hitzisberger demnächst mit dem Thomas Hitzisberger hinsetzen und sich geraten machen. Genau, und hart verhandeln. Will er den als Sportvorstand verlängern oder als Vorstandsvorsitzender? Ich gehe mal da, also ich weiß es nicht, ist die ehrliche Antwort, aber ich gehe mal, also das weiß ich gar nicht, ist eigentlich der Vertrag, den man jetzt dann schließt? Also ich weiß es jetzt wirklich nicht. Sind das zwei separate Verträge, einmal als Vorstandsvorsitzender und einmal als Vorstand? Ich kann es dir auch nicht sagen, ich war in meinem Leben bisher weder Sportvorstand noch Vorstandsvorsitzender, leider. Also da müssen wir uns dann überraschen lassen. Aber ich habe noch eine Frage an dich. Ich glaube, Missintat hat ja gesagt, dass er keine Ausstiegsklausel hat oder sein Vertrag hat keine Ausstiegsklausel, genauso wie die Verträge, die er quasi mit den Spielern gemacht hat. Heißt das jetzt, dass Mangala eine Ausstiegsklausel hat? Also ich gehe mal davon aus, weil sein Vertrag wurde ja mit Reschke verlängert noch, oder? Genau, das müsste jetzt ja der Einzige sein, also jetzt mal von Castro und Didavi abgesehen und Badstuber, die noch mit einem Reschke-Vertrag ausgestattet sind, oder? Ja, ich meine, Mangala wurde noch unter Reschke verlängert, oder? Ja, also ich sage mal so, ich glaube, dass es bei anderen Spielern, also außer jetzt Mangala, auch Ausstiegsklauseln gibt. Jetzt vielleicht nicht bei jedem, aber es ist ja fast nicht vorstellbar, dass du eine Mannschaft hast mit hochtalentierten Spielern, die alle keine Ausstiegsklausel haben. Also keine Ahnung, was sie sich da haben einfallen lassen, ja, welchen Clou oder so. Also der Missentat ist auch nicht blöd und sagt, wir haben keine Ausstiegsklausel und irgendwann gibt es dann die Meldung, González wechselt für festgeschriebene 30 Millionen zu den Bayern oder so ein Quatsch, ja. Gut, weil Reschke hat es ja auch so gemacht, ne? Ja gut, aber, also, der Vergleich ist schwer. Ja, ich weiß schon, was du meinst, man soll niemals nie sagen, aber dass sich der Wahrheitsbeuger schlechthin da einstellt und sagt, es gibt keine Ausstiegsklauseln und dabei hat jeder Spieler eine, das ist klar, das liegt ja fast schon auf der Hand. Bei Missentat glaube ich einfach, dass er nicht so naiv ist und wie gesagt dann auch an die Öffentlichkeit geht und sagt, es gibt keine Ausstiegsklauseln und dann eben damit rechnen muss, dass genau diese gezogen wird. Also, wahrscheinlich gibt es irgendwie andere Dinge, die dazu führen könnten, dass trotzdem Spieler, wenn der richtige Verein anklopft, dass die dann wechseln dürfen. Ich kann es mir heutzutage wirklich nicht vorstellen, in der Position, in der der VfB ist, dass man hochtalentierte Spieler ohne Ausstiegsklausel verlängern kann. Also, da muss wirklich richtig viel Asche fließen. Das wäre dann vielleicht noch die Möglichkeit, dass du wirklich da gehälter, monatliche Gehälter hinblättern musst, die dann den Berater dazu bewegen, dass er sagt, komm, wir machen es ohne Ausstiegsklausel.